Hallo liebe Freunde des gepflegten Klemmbausteins. Ja, ich habe gedacht, ich mache mal wieder ein kleines Video, denn wir haben ja in letzter Zeit vor allem Baustreams gemacht. Unter anderem mit diesem Dackel hier, dem UCS 8080. Oder sagen wir eher, ich habe euch gequält in diesen Streams. Ja, groß ist er, imposant ist er und auch schweineteuer. Aber es ist ein schönes Modell und ein Traum für jeden Star Wars Fan. Aber er hat halt auch an der einen oder anderen Stelle Verbesserungspotenzial. Unter anderem hier, die oberen Gelenke. Weil die sind durch diese große 8x8 Roundtile Modified mit dieser Fliese 2x6 doch sehr glatt. Vielleicht auch zu glatt. Denn schaut man zum Beispiel in das Concept Art, was ja sogar in der Anleitung abgedruckt ist, dann sieht man, nee, so sieht das aber nicht aus im Original. Der Balken stimmt zwar, aber wir haben außen so einen Ring und in der Mitte eine Vertiefung. Aber nicht so. Jetzt gab es ja schon Vorschläge, dass man diese bedruckten Satellitenschüsseln draufmacht. Aber mir taugte das nicht. Deswegen mache ich euch ein Angebot, das ihr ablehnen könnt. Und wir bauen einfach unseren eigenen Vorschlag. Und dafür habe ich jetzt zwei der beiden Verkleidungen abgenommen. Eine zum Umbauen, eine zum Vergleich. Und als allererstes trennen wir uns von dem alten Gerümpel, der Teil Modified. Und stattdessen bauen wir eine 2x4 Plate in die Mitte. Und die garnieren wir jetzt mit Macaroni Tiles. 4x4 in Light Blueish Grey. Und wir sehen schon, das kommt auch jetzt dem Concept Art schon verdächtig nahe. Die entstehenden Lücken, die füllen wir dann noch mit 1x1 Quartateils auf, denn andere Steine passen da gar nicht rein. Ansonsten hätten wir da so einen kleinen Spalt, wenn wir von oben reinschauen. Und zum Abschluss kommt wieder die 2x6 Fliese drauf. Et voilà, fertig ist der Umbau. Bisschen kleinerer Umbau, aber das Ergebnis ist doch mal gar nicht schlecht. Natürlich ein bisschen noppig, aber das lässt sich auch gar nicht anders bauen. Genauso können wir auch die Kniegelenke nicht umbauen, denn es gibt momentan keine Macaroni Tiles in 3x3 in Light Blueish Grey. So, ich würde sagen, wir schmeißen das jetzt an den Dackel und schauen uns das an. So, die vorderen Beine habe ich schon mal umgerüstet, die hinteren noch nicht. So haben wir einen schönen Vergleich zwischen hinten Original-Lego und vorne der Eigenkreation. Und ich muss sagen, die Eigenkreation, die taugt mir. Und das leicht Noppige passt auch gut zu der Gesamterscheinung des AT-AT. Weil der ist ja so ein bisschen noppelig. Aber für das endgültige Fazit baue ich jetzt erstmal die Hinterbeinen rum. Ja, und fertig ist der Lachs. Wenn ihr das übrigens nachbauen wollt, ihr findet die benötigten Teile und die Teilennummern unten in der Beschreibung. Sowohl für Bricklink als auch für Steine und Teile bei Lego. Aber was haltet ihr jetzt davon? Ist das besser, schlechter, gleich gut als die Lego-Variante? Schreibt auch eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder gleich ein Abo. Also danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. areh areh Untertitelung des ZDF, 2020